Ich bin Deute Wollenberg und ich bin Vorstand in der Einkaufs- und Liefergenossenschaft Mecklenburgische Schweiz AG. Die Genossenschaft ist ein Netzwerk aus Produzenten, Händlern, Gastronomen, Verarbeitungsunternehmen in der Region Mecklenburgische Schweiz und bei uns geht es vor allem um den Handel mit Regionalprodukten, vorrangig Lebensmitteln, aus der Region Mecklenburgische Schweiz und Umgebung. Ja, mein Name ist Bernd Kleist und ich kümmere mich um die Logistik. Die Produkte möchten ja auch irgendwann von A nach B transportiert werden und das ist meine Aufgabe. Die Logistik sollte nicht unbedingt noch mehr zum Klimaschaden beitragen, also sind wir davon ausgegangen, uns mit Elektromobilen vorzubewegen. Wir fahren Lebensmittel, also mussten das auch noch gekühlte Lebensmitteltransporter sein. Da haben wir also Entwicklungsarbeit reingesteckt. Mittlerweile haben wir drei dieser Fahrzeuge, produzieren den Strom dafür auf unseren Dächern, puffern den auch noch zwischen und fahren so CO2-neutral. Wir fahren ungefähr zu 50 Prozent der Kosten gegenüber den konventionellen Transportmitteln. Ich kann nur einfach sagen, man produziert die Kilowattstunde ungefähr um die 10 Cent, wenn wir das über Photovoltaik machen. Das heißt, die Frage steht nicht mehr im Raum, lohnt sich Photovoltaik, sondern die Frage steht im Raum, wie schnell bekomme ich einen Handwerker, dass sie die PV-Anlage aufs Dach geschraubt bekommen. Das Motto des Bundesverbandes Regionalbewegung heißt Klimaschutz durch kurze Wege und dieses Motto leben wir hier konkret bei den MEG-Schweizern und ich möchte dazu anregen, das auch in anderen Regionen umzusetzen.